Für was haben die sich als Jugendliche oder Jugendlicher engagiert? Ich habe mich vor allen Dingen darum engagiert, dass ich unheimlich gerne Motorrad fahren wollte und darauf gespart, dass ich mir ein Motorrad leisten kann. Aber ich nehme an, Sie meinen was Soziales. Ich war in einem Internat und war da involviert in soziale Projekte. Wo in Ihrem Programm merkt man, dass Jugendliche Ihrer Partei wichtig sind? Weil wir für Eigenverantwortung sind, vor allen Dingen aber für Bildung. Und ich glaube, ich sage nichts Neues, ohne Bildung ist alles nichts. Das hat man übrigens bei Corona gerade besonders gemerkt. Das heißt, wir wollen die beste Bildung vom Kindergarten, Grundschule bis in die weiterführenden Schulen, bis in die Ausbildung. Und da muss eindeutig mehr gemacht werden. Also insofern Bildung ist das Schlüsselwort. Welchen Aspekt des Klimaschutzes, den Ihre Partei verpennt hat, möchten Sie im Bundestag als erstes angehen? Habe ich richtig verstanden, was die Partei verpennt hat? Das sage ich gerne. Ich glaube, dass sich etwas ändern muss und ändern wird. Das ist nicht mehr die Diskussionsgrundlage, sondern es ist die Frage, auf welchem Weg. Und wir sind der Meinung, dass wir eine Menge machen können, übrigens auch in einer Stadt. Aber dass wir die Menschen mitnehmen sollten, nicht gegen sie, sondern mit sie. Das heißt, keine Verbote, sondern Anreize schaffen, mehr öffentlicher Nahverkehr, gute Radwegeverbindung. Einfach ein attraktives Umfeld. Und ich bin sicher, dass die Menschen dann darauf reagieren werden. Und dann geht es natürlich auch, wie wohnt man, wo wohnt man. Also ich glaube, es gibt eine Menge zu tun und wir machen uns auf den Weg, gemeinsam mit Euch. Bildung, Arbeitsmarkt, bezahlbarer Wohnraum. Wie kann Ihre Partei die gleichen Chancen und Zugänge für alle Menschen garantieren? Das sind natürlich genau die Schlüsselworte, die Ihr jetzt gerade hier aufwerft. Das ist genau der Punkt. Es ist schrecklich genug, dass in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland es immer noch davon abhängt, in welche Familie man hineingeboren wird. Da kann man nun wirklich nichts dafür. Und deswegen ist es ganz wichtig, das, was ich zu Beginn gesagt habe. Nämlich, dass vom ersten Moment des Lebens an Angebote geschaffen werden müssen. Dass junge Leute, die beste Ausbildung bekommen, dann auch einen Beruf ergreifen können, der sie hoffentlich ernährt. Und das ist dann natürlich genommen auch der entscheidende Augenblick, wo man sich auf den Weg macht und Eigenverantwortung auch einen Weg gehen muss. Stichwort Wahlalter. Ab welchem Alter sollten Menschen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben dürfen und warum? Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben im FDP-Wahlprogramm ganz neu drinstehen, dass jetzt auch ab 16 die Bundestagswahl durchgeführt werden soll, also dass man ab 16 wählen soll. Ich habe das anfangs ein bisschen kritisch gesehen, räume ich ehrlich gesagt ein. Weil ich sagte, mit 18 ist man volljährig, da hat man Rechte, da hat man auch Pflichten. Inzwischen weiß ich aber, dass junge Menschen in diesem Alter enorm engagiert sind und eben nicht nur bei der Kommunalwahl wählen sollten, sondern auch bei der Bundestagswahl. Denn es ist euer Leben und eure Zukunft, um die es hier geht. Das war's. 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 Vielen Dank.